An der linken Seitenleiste kann zwischen den verschiedenen Applikationen des Terminals gewechselt werden. Tut man dies, arbeiten die ausgeblendeten Anwendungen aber im Hintergrund weiter. Ganz oben befindet sich die Service-Seite, darunter folgen die installierten Anwendungen. Dies sind in unserem Fall der Horsch-Trackleader, der E-Manager einer Horsch-Maestro sowie ein Isobus-Task-Controller und eine Traktor-ECU. Wenn man auf die Sonne drückt, wechselt das Terminal die Helligkeit zwischen Nacht- und Tag-Modus. Im unteren Zusatzfenster kann eine minimierte Darstellung einer beliebigen Applikation dargestellt werden. Dort kann nichts bedient werden und durch Drücken darauf kommt man in die angezeigte Applikation. Wenn man darauf drückt, wird zudem die aktuell geöffnete Applikation ins Zusatzfenster verschoben. In der Applikation Service kann man zum Beispiel das Terminal konfigurieren, andere Applikationen aktivieren und deaktivieren, sowie Lizenzen und Treiber aktivieren und GPS-Einstellungen vornehmen. Durch Drücken auf die drei Punkte werden weitere Untermenüs angezeigt. Unter Terminal können Sie die Grundeinstellungen des Terminals anpassen. Dazu zählen die Helligkeit im Tag- bzw. Nachtmodus, die Tastaturbeleuchtung, Lautstärke, Datum und Uhrzeit, sofern diese nicht über Satelliten von einem GPS-Empfänger empfangen werden können, sowie die Sprache und das Einheitenformat. Des Weiteren kann aktiviert werden, ob mit dem Terminal Screenshots gemacht werden können. Hier kann eingestellt werden, welche Nummer das Terminal auf dem ISOBUS erhalten soll. Und hier, ob der ISOBUS-Jobrechner auf dem Terminal angezeigt werden soll. Sollte eine Applikation mehr als zwölf Funktionstasten am rechten Bildschirmrand benötigen, kann hier die Anzahl der Tasten festgelegt werden, mit denen man zwischen den Seiten wechselt. Zu guter Letzt kann hier die Zeichendarstellung auf dem Terminal angepasst werden. Um Werte und Einstellungen zu ändern, gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Eingeben von Zahlenwerten oder Wörtern, Auswählen aus einer Liste und das Drücken eines Buttons. Bei den ersten beiden Möglichkeiten drücken Sie einfach auf den Wert oder die Einstellung, die Sie ändern möchten. Anschließend können Sie entweder einen Wert eingeben oder eine Einstellung aus einer Liste auswählen. In diesem Beispiel können wir die Helligkeit des Displays durch Eingabe eines Wertes zwischen 0 und 100 ändern. Zu Beginn ist der alte Wert eingetragen und markiert. Wenn wir eine neue Ziffer eingeben, wird dieser gelöscht. Geben wir eine Zahl außerhalb des gültigen Wertebereichs ein, färbt sich der Wert rot und kann auch nicht mit dem Haken bestätigt werden. Durch Drücken des Pfeils mit dem X darin können Ziffern gelöscht werden. Mit dem roten X kann die Eingabe abgebrochen werden. Der Wert wird dadurch nicht verändert. Mit dem grünen Haken wird der eingegebene Wert gespeichert. Bei der Tastaturbeleuchtung beispielsweise können Sie einfach aus einer Liste auswählen, ob diese aktiviert oder deaktiviert sein soll. Der Haken bestätigt wieder, dass X bricht die Aktion ab. Bei der letzten Eingabemöglichkeit drücken Sie einfach auf einen Button, um eine Aktion zu tätigen oder um in ein weiteres Menü zu kommen. Ein Beispiel dafür ist der Haken für die Satelliten-Uhrzeit oder die Steuerungselemente am rechten und linken Bildschirmrand. Um durch Menüs zu scrollen, wischen Sie einfach von oben nach unten oder andersherum über den Bildschirm. Und das ist der Haken für die Satelliten-Uhrzeit.